wir machen mit unserem wege bau jetzt muss ich mal gucken wo können wir damit eigentlich anfangen hier wahrscheinlich so und dann legen wir noch steigen ja da ist ein bisschen doof da kann ich nicht einfach ständen sitzen ich würde schon sagen dass ich ein bisschen komisch aus denken gut jetzt haben wir da 12 12 gut dann fangen wir mal an hier das spiel ich glaube ich bin unsicher war das mit drei oder vier oder sogar mit drei ich mache es meine drei jahre 1 2 und 2 Stimmt, hier hätte ich doch schon ein tiefer sein müssen. Clever. Drei. Und zwei. Drei. Die Vier. Zwei. Und zwei. Drei. Eins. Ja, ist ein Block tiefer, stimmt. Das sah so anders aus. Da komme ich jetzt schlecht drüber. Hier hoch. So. So. Ich fähr vor und zink noch mal. Rechen 4, 1, 2, 3. Jo. Was ist hier drin? Kaum. Äh, hätte hier unten nicht auch noch was sein sollen oder so? Eine Werkbank? Nicht? Okay. Ist okay. Hätte nicht. Ich wundere mich schon. Ich glaube, das kann man machen. Jetzt müssen wir den Gang was wieder ein bisschen anpassen. Cool. Und sechs Fähnchen würde ich mitnehmen. So, sechs Fähnchen haben wir hier und dann waren die unten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und Diorit. Okay, ein bisschen beeilen müssen wir uns. Obwohl da mein Bett ist cool. So, jetzt sind wir hier. nein es ist verbrannt hier haben wir schon was an ort gut ok cool ach nee das würde ich schon sagen sind fällig aber sind wir ja nicht der hätte hier gelungen so erstmals pittchen und dann machen wir den rest am nächsten tag fertig die frage kommt man hier mit dem pferd noch durch das könnte ein problem werden da muss sich das später vielleicht irgendwann mal erhöhen so so okay hier können wir noch gleich die neta war zwei pflanzen dann haben wir das auch an die nicht sehr gut hier kannst du hier mit speck da kommt unserem block ein ok und oben waren wir das schon fertig mit mit der wortzen oder müssen wir da noch der müssen wir noch so cool freue ich mich ich glaube das loch kann wir gleich mal schließen dann werde ich wohl nichts mehr machen so gut immer noch die frage was wir hier mitmachen hmm keine ahnung jetzt werde ich erstmal den sehen sind noch verbraten das war auch mal interessant so so viel geht es kommt nicht mehr die fackeln würde ich noch gerne umsetzen wollen 1,2 fackel 1,2 fackel 1,2 fackel ich glaube so zack und hier noch das gleiche 1,2 fackel 1,2 fackel und weil ich da ein skelett höre bin ich ein bisschen vorsichtiger komme ich jetzt eigentlich irgendwie wo kommt er denn jetzt schon wieder her gut machen wir es mal vor dem kurs in spitz danke mich bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann